Ich nur Allah! Welch grausamer Tod. Aber keine Spur von Maiev. Wir haben die Mauern verstärkt, Evo. Ihr werdet wenig lebend rauskommen. Ich muss die anderen warnen. Trotz unseres stundenlangen Verhörs leistet die Wächterin noch immer erbitterten Widerstand. Bezieht sich das vielleicht auf Maiev? Das ist Maievs Waffe. Sie war hier. Mut und Ehre.